Verdammt, ja genau, deine russischen Aktien sind nicht wertlos, ja, die stehen als wertlos in deinem Depot momentan, weil es momentan keine Kurse mehr dafür gibt, ja, aber deine russischen ADRs sind definitiv nicht wertlos momentan, sondern sie sind einfach nur eingefroren und sie können aktuell nicht gehandelt werden, das ist alles, ja, und du musst damit rechnen, dass du demnächst da Geld für bekommen wirst, ja, also die werden natürlich jetzt zwangsverkauft, das heißt, du hast natürlich nicht immer die volle Verfügungsgewalt, du weißt nicht zu welchen Kursen, aber du wirst mehr als 0 Euro dafür bekommen, komm nicht auf die Idee, deine Aktien irgendwie für 2 Cent an irgendwen zu verscherbeln, bitte, ja, also es könnte durchaus sein, dass du pro Gazprom ADR noch 4, 5, 6 Euro bekommst.